Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Planet Crafter. So, es waren ja einige Tage Pause, lag einerseits daran viel unterwegs und ich konnte nicht so viel im Voraus aufnehmen, wie ich gerne... ...wie ich es gerne gemacht hätte. Ah, neue Tokens. Yeah. So, würde heute gerne ein wenig mit euch rumwursteln. Ach schön, ach schön. So, schauen wir mal. Also ganz gemütlich durch die Base schleichen. 2.500 haben wir Token. So, wir sind bei 0,09 Säugetiere. Ich würde mal sagen, deswegen gemütliches rumschleichen. Wir haben, naja, 6.000. Ist der um. Wenn wir jetzt hier, das würde ich gerne beim gemütlichen rumschleichen machen mit euch. Warum haben wir ein Streuer? 5 Stück. Also, 5 Rinde, 5 Zeolit. So, dann fangen wir gleich mal da an. Oh, wir haben keine Bakterien. Wieso haben wir keine Bakterien? Wasser ist noch da. Alge ist gut. So, dann brauchen wir noch Wasser. Dann brauchen wir noch Wasser. Hm, also, ich würde gerne Bromsamenstreuer und zwar da drüben in der Alugegend mit euch gemeinsam setzen. So, dazu brauchen wir später natürlich, natürlich. Oh, auf das freue ich mich auch schon. Das nächste Update steht vor der Tür. Das ist auch ein Mitgrund, warum wir im Moment noch nicht so weit kommen, wie ich gerne würde mit euch. Ach ja, so, Pilze, Pilze, Pilze. Und Pilze. So, haben wir die da drin? Nö, da drin. Nö. Da sind sie. Viele Pilze, viele Pilze. Komm, wir machen nochmal 5. So, die haben wir da. Also, Muttergen, Muttergen 2. Muttergen, Muttergen, Muttergen. Dunger 2 hätten wir genug. Rinder 1, 2, 3, 4, 5. Und Muttergen 2. 1, 2, 3, 4, 5. So, und das dritte? Was war das dritte? Normales Muttergen. Gut. 1, 2, 3, 4, 5. So, na dann. Machen wir da mal. Die, 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 die. So. Oh, das ist ja völlig falsch. Würde ich also gerne zumindest mal im Alu-Gebiet setzen und dann später auch im Meteoriten-Gebiet. Das nächste Update wird wird neue Biome mit Portalen ähnlich wie Teleport Portale bringen. So. Und zwar, was ich extrem interessant finde, mit prozedual generierten Wachsen. Das finde ich super. Haben wir eigentlich genug? So, Dünger. Hier haben wir da. So, gemein ist keine da. Dann haben wir die hier. Bam. Und die seltenen. Bam. Auch schön mit den Fischen. Da rasen die Drohnen durch uns durch. So. Dann würde ich sagen, wir bauen uns noch ein paar. Ja. Zum Thema Energie. 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, Kernreaktor wäre, also Kernfusionen 5 und 4. Ja, dann machen wir da gleich noch mal. 5 und 8 Stück Superbommel. Super. So. Haben wir die da drin? Nö. Haben wir die da drin? Irgendwo waren die? Hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nehmen wir noch mal 4. Ja. Und da noch mal 5. So. Wo gehen wir? Ach komm. Ah, da. Ich würde die schon gerne hier einsetzen. So. Wenn wir da noch eine Wohnkapsel. 2 Eisen, 2 Titan. Haben wir da wahrscheinlich gar nicht. Nö. Doch. 2 Eisen, 2 Titan fehlen. Okay. Wieso finde ich eigentlich ein Titan? So. Base. Das Titan müssen wir mitnehmen. Ich dachte, wir haben es da drum liegen. So. Na dann. Crater. Super. So, wir brauchen jetzt Kernfusion. Da stellen wir mal hier her. Und hier her. Yeah. Ab in die Base. Ach, verdammt. Wir haben ja für 3 Stück. Oh. So. Dann stellen wir da noch einen in die Ecke. Auf das er sich verstecke. So. Da ist. Schön wäre noch ein 4. Gewehr. Ach komm, wir brauchen noch einen 4. Ist ja egal. Wir haben es. 1, 2, 3, 4, 5. So. So. Und hier. Nö. 1, 2, 3, 4. So. Und Crater. So, weil dann ist das nicht so halbherzig hier. Sehr schön. So, back to base. Jetzt schauen wir gleich mal, wie viel, ups, wie viel Energie wir haben. So, 11.000 ist viel besser gleich. So. Viel zu wenig Wasser. Viel zu wenig Wasser. Was wäre, wenn wir diesen Wassermangel beheben? Das wäre gut, glaube ich. Ein Generator. Ich habe schon ewig keinen gebaut. Hier. 3 Plastik. Schauen wir mal, ob wir genug Plastik haben. Ich hoffe, wir haben genug Plastik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Jetzt haben wir 9. Dann. 3 Alu. 3 Magnesium. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 Magnesium. 1, 2, 3. Und 3 Mal Superbommel. Nicht 4. 3. 2, 3. So. So. Hier haben wir Angebot Wasser. Yeah. Stimmt das? Angebot Wasser. Yeah. Dann will ich hier auch gleich nochmal. Angebot Wasser. Und. Nochmal. Angebot Wasser. Super. Ich finde das so cool hier. So. Jetzt schauen wir mal. Wasser fehlt. Alge ist da. Bakterien fehlt noch. So. Dann haben wir hier. Ja klar. Weil Wasser fehlt. Naja. Naja. Werden wir hinkriegen. So. Was wir auch tun müssen. Das Tor öffnen. Wir haben hier. In der Wüste. Ja noch das Tor Trophy. Da haben wir hier. Den Schlüssel. Den könnten wir einbauen. Aber da haben wir ja noch die alten Drohnen. Boah. Ich lasse die mal da liegen. Hey. Der Platten. Wie schön. Die werfen wir jetzt. Die werfen wir in eine. In eine Kapsel rein. So. Das machen wir gleich. Wir fangen halt der da an. Super. So. Dann holen wir uns auch gleich Uran. und was noch Eerie. Oh. Da haben wir gar nicht viele. Hm. Na. Da war der falsche Knopf dran. So. Da will man die auch wegschicken. So. Bam. So. Bam, bam. Yeah. Und hier auch gleich. Oh. Cool. Das hier nicht. Oh. 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 Wie schön. So. Da rein. Da rein. Super. Und eine Reihe, ja was weiß ich, Superstiebchen. So. Damit die Kapsel auch startet. Also Kapsel die Rakete. So. Ist die voll? Ja, sie ist voll. Okay. Ja. 2500. Also Wasser müsste jetzt eigentlich ganz gut produziert werden. Theoretisch. Tisch. Da ist noch immer keins drin. Sowas aber auch. Ich glaube das wird oben wegen den Bakterien, äh Bakterien, wegen den gemeinen Larven und Würmern ganz, nein, ganz intensiv benutzt im Moment. Boah, macht ja nichts. Ach cool. Ich mag das. Oh, ich wollte noch einen Ausflug mit euch machen. Also in der Wüste müssen wir das Schloss noch öffnen. Da ist das cool. Und da kommen diese Pilze rein. Das wird auch schön. Auch schön. Einfach mal so durch die Gegend, wie sich das hier alles entwickelt hat. Super. Dann haben wir hier auch einen wunderschönen Ausblick. Ah, ist schon cool. Sehr fein. So soll es sein. So. Ah, ist das auch schön hier. Schön geworden. Schön geworden. So, und da müssen wir auch mal rein. Glaube ich. Geht immer so ein Tor auf. Ja, irgendwann werden wir da auch reingehen. Aha. So. Wow, okay. Haben wir noch genug drinnen. Aber brauchen wir im Moment gar nicht so dringend. So. Und da meandert es zwar wunderbar. Da müssen wir auch irgendwann mal unsere Bäumchen pflanzen. Ach, cool. Ja, das wird wunderbar ausschauen, wenn wir da unsere Bäumchen haben. Das da oben finde ich auch nice. So. Na dann. Rauf. Ich finde das so toll hier mit den Aussichtspunkten, die wir hier geschaffen haben. Wunderbar. So, da haben wir hier. Da haben wir hier. Gut. Ja, wunderbar. Da hinten. Sagt mal. Wäre mir da gut, dass wir so rumfliegen hier. Ist das das Vulkangebiet da hinten? Das wirkt schon so. Ich glaube, das ist das Vulkangebiet hier. Faszinierend. Ach, schön. So. Na gut. Schauen wir mal. Vielleicht haben wir schon Wasser. Da könnte man noch Blumen oder so eine Wiese oder sowas machen. Schmetterlinge. Ja, das neue Update. Die Portale. Ich bin schon echt gespannt. Ich bin schon wirklich gespannt. So, äh, da waren irgendwie Frosch. Da packen wir das rein. Super. Ja. Läuft. 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 Dann runter. Wir schauen mal, ob wir jetzt schon Wasser im Kasten haben. Oh, sie kommen zurück. Oh, sie kommen zurück. Was war das für einer? Kisten. Ach, cool. Das sieht schon super aus, was wir aus der Welt gemacht haben. So, na dann. Alles mal nehmen. Wir können das auch wegmachen. So. Ach, hier. Oh, schön. Da. Okay, gehen wir mal hier rauf. Da ist er. Ja. Da war auch noch einer. Okay, wir legen mal ab, was wir haben. Da, da, da. Das Eisen könnten wir eigentlich weglegen. So, das machen wir gleich mal. Eisen weg. Super. So. Was haben wir alles Schönes? Wir haben Muttergen 1. Nö. Muttergen 2. Muttergen 2. Brauchen wir auch nicht. Die Stäbchen. Gut, wir können wir wegpacken. Dünger 1. Ist auch voll. Okay. Gut. Stäbchen. Ist auch voll. Iridium-Stäbchen waren nicht voll. Genau. Uran-Stäbchen. Methan haben wir sicher auch voll. Obsidian. Ja, ist auch voll. Noch ein super Stäbchen. Ist auch voll. So. 2 Düsen. Yeah. Dann schauen wir mal hier. 100. 1000. Und 500. Super. So. Einmal Samen. Das finde ich allerdings schon gut. Die bringen wir gleich nach oben. So. Wir haben Kürbis. Auch voll. Ganz toll. Gut. Können wir gar nicht wegbringen. Wann kommt die erste wieder? 42 Sekunden. Auf das müssen wir aber nicht warten. Schauen wir mal, was wir noch für Kisten haben. Ist aber schon bezeichnend. Alles was wir hier finden, ist auf gewisse Sachen. Wir haben derartig viele Ressourcen. Wir sind darauf ja überhaupt nicht mehr angewiesen. Das ist schon so bezeichnend. Ja. 625. Ich wollte nur schauen, ob da dazwischen noch einer liegt. Aber ich glaube nicht. Nö. Gut. Ganz gemein. Ganz gemein. So, es ist noch nicht da. Macht nichts. So, wir haben. Oder so, ansonsten. Super Stäbchen. Gemein. Gemein, gemein, gemein. Die müssten hier sein. Genau. Hier. 352. Super. Hier eine gemeine. Ja, ist halt. Küche müssen wir auch noch planen, was wir alles noch vorher haben. Also ja, super. So, dann würde ich sagen, wir machen den hier. So, das nehmen wir raus. Nein. Das nehmen wir mal mit. Werfen das da drüben auch ein. Da drüben. Da drüben. Da drüben. Da drüben. So. Könnte man natürlich auch automatisieren. Und dann, dass die automatisch befüllt werden, die Dinger. 5.340. Sehr schön. 0,10. So. Dann. Hätte ich gesagt. Läuft eigentlich alles. Sogar Wärme bewegt sich hier. Wow. Neue Terraforming Sachen. Das werden wir jetzt so. Das hier. Und den Baum bringen wir nach oben. Wir kümmern uns jetzt mal darum. Also. Wir haben. Sehr schön. So. Bam. Intelligenter Stoff. Bam. Die Aufbewahrung 2D finde ich schon sehr interessant. So. Das passt. Dann haben wir diesen Rosäa-Baumsamen. Den bringen wir mal nach oben in den Kasten. Ups. In den Bäumekasten. So. Packe ich den da dazu? Oder stellen wir den tatsächlich bei den Bäumen hinten rein? Ja. Ich stelle ihn da dazu. Alles gut. Ja. Da auf jeden Fall nicht. So. Jetzt schauen wir runter. Wegen Wasser. Gibt es schon Bakterien? Es gibt Bakterien. Baum sammler. Das wollten wir heute ja machen. Wir brauchen 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Dann brauchen wir 5 mal die Rinde. Wo haben wir denn die Rinde? 1, 2, 3, 4, 5. Passt. So. 5 mal die Rinde. Dann brauchen wir 5 mal 10 mal Dünger 2. So. Holen wir uns gleich 10 mal Dünger 2. Yeah. Dann brauchen wir 5 mal Zeolit und 5 mal Bommel. Und 5 mal Superbömmelchen. So. Jetzt wollen wir uns noch was zu schnabulieren. Ich esse einfach den Pilz hier nach. Komm. Wir futtern einen zweiten. So. Dann brauchen wir nichts mehr. 5 mal die Samen. 5 mal die Samen. So. 1, 2, 3, 4, 5. So. Und auf geht's. Ein intelligenter Stoff wollte ich auch nachsehen, was wir dafür brauchen. Wie das so aussieht. So. Wir fangen hier an. Und zwar. Ich hätte gerne hier 10. So. Pilz. Baum. Samen. Streuer. Aufgesetzt. So. Wunderbar. Inventar voll. Na klar. So. Da haben wir das Fragse. Das Alu-Fragse. So. Und wir fangen hier hinten an. So. Nämlich. Da. Jawohl. So. Dann machen wir den nächsten. Moment. Die nehme ich diesmal mit. So. Dann machen wir den nächsten. Hier. Dann machen wir den nächsten. Hier. Dann machen wir den nächsten. Hier. Und dann machen wir den nächsten. Hier. Super. So. Und dann werden wir nochmal 5 von denen. Dass das so richtig voll mit Pilzen wird. So richtig voll mit Pilzen. So. Schnell einen Schluck trinken. In dem Fall halt 2 Schluck. Aber wenn ich mir überlege wie das ganz am Anfang vor fast 70 Folgen ausgesehen hat. Großartig. Großartig. Hat sich echt schön entwickelt. So. Wir brauchen Bakterien. Wieder 5 Stück. 5. Dann brauchen wir 5 Rinde. 1, 2, 3, 4, 5. Dann brauchen wir 10 mal Dünger 2. Und jetzt bringen wir gleich diese eine gemeine Larve nach oben. Warum mache ich die aufgehoben? Naja. So. Gemein. Hier. Bam. Und schon weg. Wahnsinn. So. Zeolit und Superbommel. Holen wir uns gleich. Und Superbommel. So. Jetzt brauchen wir nochmal 5 dieser Pilzsamen. Pilzbäumchen. 1, 2, 3, 4, 5. Und pflanzen die auch gleich ein. Da hinten sehen wir ja schon einen. So. Dann machen wir mal den hier. Und zwar hier. Dann. Da. Einfach nur wild verteilen hier. Das ist schon gut so. So. Oh. Habt ihr es gesehen? Da. Oh, wie schön. So. Und. Am besten hier. Oh. Cool. Sehr cool. Sehr, sehr cool. So. Meine Lieben. Dann würde ich aber auch sagen. Das war es für die heutige Folge. Und wir warten aufs Update. Ich hoffe, das kriegen wir schön hin. So. Pilze ins Alubium. Ist das schön. Meine Lieben. Ich bedanke mich fürs dabei sein. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wenn ich da so rüberschaue. Ja, wir machen morgen noch eine. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020